Was ist denn? Es ist nur aufgesprungen. Du musst es schaffen. Geh doch mal dahin. Passiert nichts. Ha! Tja. Vielleicht wenn die losfliegt, dann dahin rennen. Geh doch mal ein bisschen weiter zurück. Jetzt! Lauf! Langsam. Jetzt! Ja, jetzt krabbeln die runter oder was? Hä? Kommst du links nochmal raus? Toll. Und jetzt? Was machst du denn da? Ja. Schnell. Ja. Ja. Das trifft auf, oder? Mua! Deine Schuld! Gib mal her! Gerade gesagt, dass man hier... Zehn Jahre braucht. Ich muss einfach nur... nicht langsam gehen. Muss ich langsam gehen? Musst nur so langsam wohnen. Das kann doch nicht hier ernst sein, ey. Das kann doch nicht hier ernst sein, ey. Das kann doch nicht hier ernst sein, ey. dann geht das noch. Dann geht das auch nicht hin. Das kann doch nicht sein. Dann geht das auch nicht. Lass es doch los, sonst lässt es nicht mehr los. Upsi, sorry. Ja. Äh, da hoch, die Leiter? Ja, wäre gut. Ja, aber wohin gehst du denn? Hüpft doch einfach an die Leiter. Mann, Mann, Mann. Ja, Mann. Oha, du musst die Reifen da rüber holen. Falsche Richtung. So, rüber. Ah, du musst erst machen, dass du es jetzt wieder rüberschieben. Ja. So. Zurückschieben. Äh, war nicht richtig drauf. Ja. So. Ja, so kann ich direkt rüber. Ja. Ja, du musst das trotzdem da dran schieben. Ja, so. Was machst denn du da? Was machst du da? Oh Mann. Ja. Hüpft rüber. Zu spät. Hm. Sag du mal. Du, 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 du. Der Reifen kommt. Der Reifen kommt. Der Reifen kommt. Und dann schippe ich den Reifen hier rüber. Das bringt mir aber nicht viel. Weil der da verloren geht. Zack. Siehste. Bis ich hier drüber bin. Rums. Tja. Also, muss ich schon vorher, währenddessen wir hier sind, darüber hüpfen. Hm. Also. Hahaha. So. Dann. Ah. Wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn so schnell genug da rüberhüpfen? Ah, hab noch eine andere Idee. Ah, hallo. Du hast mich abgelenkt. Dein Finisterkram. So, dann hier rüber. Dann haben wir einen Reifen da unten. Und das nützt? Weiß ich nicht. Ah, ich weiß, was ich weiß. Tja, nur dass der Stablerkne da. Zack, 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 zack. So. Das dauert zu lange. Äh, hallo. Hab's kaputtgebracht. Und was nützt das? Kannst du laufen? Siehst du doch? Hab ich eine Kiste. Ungefühl. Weiß ich noch nicht. Das seh ich jetzt. Aha. Aha. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Okay. Cool. Holst du die Kiste mit oder nicht? Holst du nicht? Ja, ich bin eben. Nein. Ich bin der Profi, ich bin der Profi, siehst du, so läuft das. Ja, schnell. Ah, ne. Ah! Tja, ne Kiste wird cool. Was liegt da? Nein! Was machst du denn? Ah. Ups. Hol die Kiste mit. Ja. Ups, komm, 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 komm. So, ich mach mal ein bisschen. Ich hab's doch gewusst. Die Kiste muss mit. Sag dich doch auch. Wie ist der? Ja, festhalten. Schieb die da rauf. Wenn du anders davon musst, aber... Du musst dich schon dagegen drücken. So. Tschüss. Tschüss. Tschüssi, Kistin. Ja, du musst weiter, ne? Hallo. Ja, weiß ich. Äh, ja. Ich seh, dass du das weißt. Wofür bin ich denn da hochgesprungen? Ja. Ja. Jetzt? Ja, jetzt fehlt noch was. Oh, ich weiß. Was? Die andere Kiste? Welche andere Kiste? Die oben. Ach, die da. Ach, dafür muss man da hoch. Seitdem, съh. fuckingrato Lenk Casa! Tu nicht! Joaus kann ja, ich mache den Ort. Ja, ich kann der Kiste aus llamen T Glass. Nieра ich nicht nur noch was ich. Ach, Sie ver nein. Ich weiß nicht nicht. Ent guests mit mir counting. Chirk COVID krimmt R Bell nicht vor 많이 zu, Mach meinen, das fünf. der hätte ich die habe ich die die ist die Ende. Oh, war gar keine Tür. Nein. Das ist der Strom drauf. Merke ich. Aber solange das an ist, oder? Run. Das darfst du nicht. Ein Rätsel nach dem anderen. Ja, da ist auch so strumm drauf. Ja, in die Kette zum Schwingen und dann schlüpst du wieder in die andere Richtung, machst das an und dann, wenn das drüber geschwungen ist, kannst du das machen. So. Zack. Auf. Warte. Und. Zu spät. Soll ich machen? Versuch du. Dass du das wieder fertig hast. Und. K- 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 So ein bisschen? Ja, das ist nicht gut. Aaaaaah! Hm-hm. Bist du dir ganz sicher? So wackelt das nicht. Ja, das Problem ist, der muss genau zum richtigen Zeitpunkt in die Richtung schwanken. Siehst du? Siehst du? Alles Timing hier. Ja. Juuuui! Geht sie runter, oder was? Ja. Upsi, Upsi, Upsi... Hui! Drehst du nicht? Äh... 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 Wohin? Hier runter? Nee, lieber nicht. Oder hier durch? Halt dich fest. Halt dich fest. Halt dich fest! Oh mein Gott! Hahahaha! War ja klar! Hast du das gemacht? Einfach geschoben! Was machst du denn? Schien! Schien! Mach mal deinen Kopf! Ja, siehst du? Das ist das, was ich vorhin meinte. Setz dich wie du sitzt. So, weiter, 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 weiter! Uuuuuh! Toll hast du das gemacht! Äh, da, links! Oh, guck mal! Was knäht! Oh, krass! Was kann das? Was ist? Schieg mal hoch! Run! Das ist... Magnetic! Ah! Okay! Cool, 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 cool! Nein! Noch ein bisschen! Was? Es kommt auf Millimeter an! Ja! Genau! Auf Millimeter kommt es drauf an! Statt es einfach ein bisschen in die Mitte zu machen! Ah! Warum? Stellen sie das Ding da drunter einfach! Wo ist das Problem? Was? Weil ich muss noch... Okay! Das klappt! So! Jetzt müssen wir auch wohl irgendwie hier hochkommen! Ja, passt doch! So! Zickzack und ab! Hm! Das war klar! Das war klar! Das war klar! Hm! Oh! Nervier! Du! Kriegst du nicht schon mal gepackt, da hoch zu hüpfen! Weil das auch unmöglich ist! Eben hat es auch noch geklappt! Guck! Es klappt nicht mehr! Ja, warum? Es klappt nicht mehr! Ja, so klappt es noch weniger! Wenn es jetzt noch weiter runter ist! Oh! Gib her, Mann! Nein! Dann schieb die Kiste wieder hoch! Das bringt nichts, wenn du die Kiste weiter runter schieben lässt! Wenn du da hinten auch hoch hüpfen musst! Pause! Pause! So! Komm ich hier ran? Ja! Komm ich hier ran? Ja! Das passiert mit meinem Mund! Ja! Das kommt davon! Okay, lass uns mal testen! Was ist das denn? Ich will testen! Das kannst du testen, wetten! Mh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020